Hallo und herzlich willkommen zurück zu Legend of Zelda Wind Waker HD. Wir waren beim letzten Mal hier stehen geblieben und ja, wollten hier so, nein, falsches Lied, wollten hier diesen kleinen Knirps da befehligen, diesen Möchtegern weisen und müssen hier hochfliegen. Ja gut, jetzt ist die Frage, Link, wie kommst du hier hoch? Na? Das ist die Frage der Fragen. Was ist da oben? Haben wir irgendein Item dafür? Irgendwie nicht so, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass man das Deku-Blatt braucht. Man braucht, man braucht vielleicht einen Hammer? Braucht man den Hammer? Braucht man den? Hammer? Ist ja eine Hammer-Angelegenheit hier. Nein, irgendwie nicht. Ähm, ähm, gut. Was zur Hölle? Weißt du was? Ich geh mal zurück am Anfang. Ich hoffe, der bleibt da. Nein! Hm. Flieg, Link, flieg! Oh Gott. Ist das halt jetzt die Frage? Ach. So. Warum? Warum zum Geier? Du sollst... Hm. Hm. Das ist so... Kann man den Krug verschieben? Geht das? Kann man dich verschieben? Ist das möglich? Nein! Du... Du blödes... Warum? Warum? Warum tust du mir so was an? Wir können da nicht wieder hoch. Wir können da nicht hoch. Aber wir müssen hoch. Nein. Ah Gott. Oh. Das ist wieder so ein Moment, wo ich denke Ach komm Das ist bestimmt irgendeine einfache Kacke Die da vonstatten Laufen muss Ja Im Chat wird auch schon geschrieben Nero, das Blatt Pass auf, wenn ich jetzt das Blatt nehme Ja Und dann sage Zack, der kann dann nicht mit dem Blatt raus Gucken wir mal was anderes So, kannst du die anziehen Geht das? Mach's und würdest du das tun? Okay, okay Ach komm, Mann Das ist bestimmt... Nein, oder? Das machen die nicht wirklich Euer Ernst Ist das euer verdammter Ernst? Ah Gott Was ein anstrengender Scheiß Wir haben jetzt, ungelogen Fünf Minuten damit verballert Dieses Scheiß-Rätsel zu lösen Was noch nicht mal irgendwie ein Rätsel ist Aber Kann man euch Ja, von hinten Explodiert 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 Exploriamus Würde ich sagen Aber Nein 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 Verdammtes Verdammtes Naja Ähm Ähm Okay Was passiert Was passiert Wenn du So Du kleiner Dude Wartest mal da Ich Monkier Nein So Nichts passiert Nicht aufregen Du denkst du kompliziert Ich bin halt auch ein komplizierter Mensch Deswegen Muss ich kompliziert denken Hüpf 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 Okay So Nein Drück A Nicht zweideutig denken So Ich schmeiße auch nochmal so ein Ding rein Okay Komm mit Du Plimlim Ich sehe Ich sehe Ich sehe Also in diesem Spiel Ist die Sonate des Puppenspielers Irgendwie Unerlässlich Hab Habe ich das Gefühl So Flieg Und Sieg Obwohl Flieg Einfach nur So Okay Ich hoffe Da unten Das ist uncool Diese Teile hasse ich auch wie die Pest Wärter Freund Flink Ich bin hier Wo bist denn du Ah okay Du bist also im Gewächshaus Ja Boah ich muss mir Ich muss das aufhören Diese Diese schlechten Sitze Immer zu reißen Okay Ähm Ja wie kriege ich dich denn da raus Ja da brauchen wir Bomben für Na Nur welche Haben wir nur welche Fliegen hier in die Luft Komm mach bumm Mach bumm Mach bumm Oh okay Wunderbar Wunderbar Warte bumm Gemo Bum bum Kabum Mit einem Bum bum Kabum Zum Ziel Ah Schluck das Du Luder Okay 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 So alles klar Alles klar Soweit 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 ist gut So Machen wir mal weiter Okay Machen wir mal weiter Tanzen Relativ unspektakulär Gerade so Ne Ich meine wir haben keine Map Wir haben kein gar nichts Ich habe die böse Vermutung Wir müssen hier runter 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 Nein Ach komm schon Ja Sick Sick Ich verstehe ja schon wo das denn soll Oder auch nicht hin soll Aber ich denke mal schon dass ich das verstehe Hm Ha Ausgetrickst So Okay Den Glücksamen gefunden Glücksam Was Ach Ernsthaft Verdammte Kappbacke Töte 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 Lass ein Herz fallen Oder auch nicht Ich will doch nur ein Herz Töte 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 Oh nein Ich finde Die Viecher sind noch schlimmer als die Rahim Falsche Taste Ich hasse diese Vögel Ich stirb halt So Okay, jetzt brauchen wir das Blatt wieder Oh Gott Weil wir da hinten durchfliegen müssen Glaube ich Weil Na, hier sieht alles so Gleich aus Herz für Nero Echt mal, ein Herz für Nero Was könnte es sein Es ist die Karte Auf Englisch Map Map, Karte, Karte, Map Hallo Map Was? Da unten ist ein fucking Schwein Nein Nein Das ist nicht euer Ernst Ja, wir sind zusammen ein Herz gekriegt Wie kommen wir da wieder hoch? Mit dem hier, oder? Hm Hallo Jetzt ist die Frage der Fragen Wie kommen wir dort wieder hoch? Ich habe eine böse Vermutung Genau Alles von vorne Dieses Spiel ist so ungnädig Gib mir Energie Ein richtiges Arschloch-Spiel Wie kommen wir hier? Komm, reich diesmal aus Ich wollte schon sagen Das sind die Skill Shots Für irgendwas Muss das Ganze ja mal gut gewesen sein Damals, oder? So, jetzt brauchen wir mal Erstmal wieder hier so Hallo Und auf Wiedersehen Und für dich gilt das selbe Und gute Nacht So Okidok Dann würde ich sagen Würde ich Ja, hier mal Einen kleinen Cut ziehen Und sagen Wenn euch ein Part gefallen hat Ihr kennt das Ganze Lasst einen Daumen nach oben da Und Ja Dann 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 sehen wir uns Einfach morgen wieder Also Halt die Ohren steif Und bis dann Ciao Und so Dann sehen wir uns Vielen Dank.